Warst du mal im Knast? Nö, nicht länger als ein Tag. In unserer Welt bedeutet Reichtum ja eigentlich nur monetärer Reichtum. Das ist eine schöne Mischung aus Radikalen aller Welt. Das ist auch wieder ein Vorteil. Ja, du hast recht. Hast du ein Edding? Ich würde jetzt das nicht schreien. Was lacht du denn schon? Mach zu.